Hallo zusammen, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Lieber Grüße an alle, die heute oder in den nächsten Tagen Geburtstage haben. Ich sage letztens zum Hermann, du, was schenkst du deiner Frau Alpen, wenn sie Geburtstag hat? Hermann sagt, seine Frau hat einen speziellen Wunsch. Sie will immer an ihrem Geburtstag im Champagner baden können. Ich sage, das ist ein teurer Wunsch. Sie hat eine Reihe, eine Reihe vor Jahren, eine Aktion gekauft. Und immer, wenn sie Geburtstag hat, dann gehe ich herunter, dann habe ich ein paar Flaschen in die Badewanne etwa halb auffüllen. Sie können dann baden und wenn sie fertig sind, dann habe ich gerne schlau, sie habe die leeren Flaschen, dann habe ich den edlen Tropfen wieder in die Flaschen zurück abgefüllen, dann zapfe ich wieder rein und ich habe sie herunter versorgen für das nächste Jahr. Er hat gesagt, letztes Jahr sind sogar einen halben Liter übrig geblieben, die Badewanne. Und alle noch eine schöne Woche. Ciao, mit ganz. Ciao, mit ganz.